Es gibt doch jetzt 4,8% bei langlaufenden US-Staatsanleihen. Macht es nicht Sinn, jetzt einen ETF zu kaufen, um einerseits die Zinsen langfristig zu sichern und gleichzeitig werde ich ja noch ganz gut vergütet für mögliche Schwankungsrisiken. Das ist die Frage eines Mandanten am heutigen Tage und wir wollen das am Praxisbeispiel kurz betrachten. Wir springen kurz hinein in den ETF. Wir sehen hier die Portfolio-Merkmale. Zum einen natürlich die Effektivverzinsung, die optisch sehr interessant ist. 4,83% allerdings im Dollar. Wir sehen ein Zinscoupon von 2,62% und eine recht hohe Laufzeit. Im Ergebnis eine Duration, die ja relevant ist für das Verhalten bei Zinssenkungen respektive bei Zinssteigerungen bezogen auf die langfristigen Zinsen. Was hier allerdings fehlt in der Betrachtung und das gilt für viele Produkte, seien es aktive Fonds, seien es passiv investierende ETFs. Es fehlen die Kosten der Währungssicherung, weil unser Mandant hat sich hier für die Drange des ETFs interessiert, der zwar in die dollarnotierten US-Staatsanleihen langer Laufzeit investiert, aber gleichzeitig die Entwicklung des Dollars gegenüber dem Euro neutralisiert. Und diese Absicherung des Währungsrisikos, aber auch der Währungschance, das ist natürlich nicht umsonst zu haben, sondern es entstehen Absicherungskosten, typischerweise grob gesprochen in Form von der Differenz der kurzfristigen Zinssätze zwischen Euro und Dollar. Und wenn wir da aktuell einen Kostensatz von ungefähr 1,7, 1,8% ansetzen, dann sehen wir schon, dass die Rendite von 4,8 auf ungefähr 3% fällt. Diese Absicherungskosten schwanken in dem Maße, wie sich die kurzfristigen Zinsen der Währung ändern, was aber natürlich auch gleichzeitig heißt. Diese Kostenkomponente ist natürlich nicht in den Management-Fees eines Produktes erkenntlich, sondern der Anleger und sein Berater sind selbst gezwungen zu überlegen, inwieweit diese Absicherungskosten in der betrachteten Währung, konkret ist es der Euro, zu einer veränderten wirtschaftlichen Entscheidung führen. Deswegen, der Blick aufs Fact-Schied, der ist natürlich immer nur der erste Punkt. Man sollte im nächsten Schritt auch nochmal schauen, was steht da wirtschaftlich dahinter und ob dann das Ganze immer noch so interessant ist für 3% Rendite auf aktueller Ebene im Euro mit der Restlaufzeit, das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Wichtig ist es nur, man sollte eine informierte Entscheidung treffen. In diesem Sinne darf ich Ihnen noch eine gute Zeit wünschen. Bis bald, auf Wiedersehen.